Das ist für uns emotional sehr geladen. Es war heute ein wichtiger Tag, da viele Zuschauer da waren, um uns zu unterstützen. Ich habe hart gearbeitet, um in Bestform bei der Tour de France anzukommen. Ich hatte es die ersten Jahre schwer hier, darum bin ich sehr gerührt. Wir sind kein reiches Team. Wir haben recht wenig Geld und bis auf mich sind alle Fahrer aus dem Baskenland. Dieser Sieg macht die ganze Saison erfolgreich. Ich habe für diese Tour hart gearbeitet. Ich habe viele Opfer gebracht. Ich war oft von meiner Familie und meinen Kindern getrennt. Doch am Schluss war es das wert. Und bei der Leute, das ist, das ist, das ist, das wert.